Wir können nicht aufhören, denn, 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 ich liebe sie, dich, sie, die gehören einfach mit dazu. Naja, aber ein Danke wär schon mal ganz schön. So toll waren ihre Leistungen auch nicht. 20 Prozent mehr Umsatz ist nix, aber wir haben... In der Wirtschaftslage können sie froh sein, wenn sie ihren Job behalten. Na, du aber auch. Hier ist ja nicht mal die Software legal. Rolly! Mach bloß, dass du nach Hause kommst! Also, Teufel machst du bloß hier! Das ist ja nicht so, dass du nach Hause kommst!